Herzlich Willkommen bei Burgrem LP. Ja, was machen wir? Wir spielen ein neues Let's Play. LS17 Landschaft Simulator 2017. Und mit was fangen wir an? Sibas Husum. Ja, ich habe schon lange auf eine Karte gewartet, die ich mal spielen kann. Ich habe fast alle Karten, ich habe lange LS17 gespielt, aber ich habe auf keine Karte so lange gewartet, wie ich auf die Karte hier mich gefreut habe. Vielleicht kennt ihr auch den Let's Player. Er macht reale Videos von seinem Hof, von Stefan, auch von Sibas Husum. Die Karte ist teilweise 1 zu 1 nachgebaut. Das finde ich gerade interessant. Ich habe auch probiert, so teilweise seine Fahrzeuge reinzunehmen. Machen derzeit alle YouTuber auch. Ich habe aber ein paar andere dabei, dass man jetzt nicht bei jedem den gleichen Mist sieht. So, ja, wir machen einfach mal einen Rundgang. Hier seht ihr schon meine schöne Dammmannspritze für unseren... Naja, wo stellen wir die denn drauf? Wir gehen mal um die Ecke. Ich habe den Fuhrpadden ein bisschen verändert, habe ein bisschen was verkauft. Ein bisschen was neu geholt. Schon, wie ihr seht, ein paar Big Packs habe ich schon gekauft mit unseren schönen... Was heißt Kipper, Plattwagen. Ja, was haben wir hier? Im Realen hat er hier seinen Hackschnitzel drin. Hier wiederum, wie ihr seht, hier ist eine Getreidetrocknung, die wiederum eher... Ups, falsche Seite. Falsche Seite. Die wiederum, wo er die Hackschnitzel mit seinen Ofen betreibt, der wiederum hier sein müsste. Und genau, da ist der Ofen. Da können wir dann die Getreidetrocknung in Gang setzen. Das Getreide wird getrocknet und bringt locker, glaube ich, ein Tausender mehr die Tonne. Ja, was haben wir hier? Eine Amazon D9 4000. Mit, glaube ich, vier Meter Arbeitsbreite. Die passt leider nicht hier rein, deswegen steht sie hier draußen. Wir haben einen normalen Gober, einen Pflug, standardmäßig. Ein Mähwerk. Ja, dann kommen wir zu den Traktoren. So, Deutzfahrer, Sebastian, so ein Pferd. Eigentlich hat, glaube ich, alles Deutz. Deswegen haben wir auch teilweise alles Deutz. Wir haben einen Deutz, Agrostar 661. Ein MB-Trag 700. Und noch ein Deutzfahrer DX471. Turbo. Ja, der geht auch ab. Das ist unser kleiner Hoftraktor. Dann haben wir noch zwei, drei andere Traktoren, wo wir mit was machen werden. Ja, was haben wir hier? Wir werden nochmal kurz gucken. Ihr seht, unten in der Karte sind so ein paar, also mehrere Kreise. Das sind die Golden Nuggets. Ich habe schon beim Fahren ein paar gefunden. Golden Nuggets sind verbaut. Warum sollen wir sie nicht nutzen? Ich würde sagen, im Realen hat er auch keinen Mähdrescher. Wir könnten uns einen Mähdrescher kaufen. Auch nicht den größten, auch nicht den besten. Von dem Restgeld können wir uns ein paar Tiere kaufen. Da haben wir schon einen großen Fuhrpark. Haben wir ja eigentlich. Viele Tiere können wir uns kaufen. Vielleicht ein, zwei Felder. Wir können ja mal gucken, wie viele Felder uns gehören. So, neben dem Hof haben wir das Feld. Mal gucken, wo kann man es denn besser sehen? Na, hier auch nicht. Nehmen, gucken wir hier rein. Feld 49 gehört uns. Feld 48, Feld 6, 16 und die 40. Wir könnten uns dann vielleicht, wenn wir die Millionen finden, hier noch zwei Felder kaufen. Die sind nicht gerade ganz so teuer. Das geht. Ja, wir werden es sehen. Aber auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe mir die Karte nur so ein bisschen anguckt. Ich weiß selber nicht, was ich genau hier alles machen kann und abkippen kann. Wir werden es einfach gucken. Auf jeden Fall ist das das Zeichen für getrocknetes Getreide. Das ist auf jeden Fall Schweinefutter. So, gucken wir mal. Was ist hier? Hier können wir die Schweine... Schweinemaß, in den Stall kannst du deine Ferkel heranwachsen lassen und sie später als Schweine verkaufen. Okay. Also, wir produzieren, wir züchten Ferkel und hier können wir sie mästen. Das hört sich doch gut an. So, gehen wir mal kurz weiter in die Hofundflugung. Hier, das ist das Zeichen für Wolle. Also ist hier der Schafstall. Ja, die Schafstallweide, ihr seht sie. Ja, und was sind da? Zwei Pferde. Ein schwarzes und ein braunes. Ja, meine Tochter, wenn ich LS17 spiele, will unbedingt immer Pferde haben. Also Ponys. Haben wir zwei Ponys gekauft. Eins durfte ich nicht, weil sonst ist er einsam. So, dann gehen wir mal hier weiter. Was ist denn das hier für ein Zeichen? Ach, hier können wir, glaube ich, die Ferkel hinbringen, oder? Genau. Rohstoffe. Ne, hier. Ach, hier holen wir die Ferkel ab. Wir brauchen zehn Schweine zur Zucht. Stroh. Getrocknetes Weizen. Oh, getrocknetes Weizen. Das braucht man. Gut, dann müssen wir halt viel Weizen trocknen. Schweinefutter produziert Mist. Gülle und Ferkel. Ja, und die Ferkel bringen wir wiederum in eine Mastanlage. Das ist schön. So, was haben wir denn hier noch? Hier können wir unseren eigenen Flüssigdünger anmischen. Wir haben ja hier einen stehen. Das werden wir natürlich auch noch machen. Hier ist bestimmt der Mistverkauf. Wir sind auf Verkaufsstände am Hof. Wir können ja mal in die Werkstatt gehen. Hier können wir, hier müsste eigentlich auch, glaube ich, irgendwo noch was liegen. Hier können wir selber unser Saatgut herstellen. Da müssen wir uns auch noch mal mit beschäftigen. So, ja, hier unser Werkzeugkasten. Den müssen wir aber erst öffnen. Das müssen wir öffnen, glaube ich. Das und das. Jetzt können wir auch erst die Autos was verändern. Wir machen das mal wieder zu. Brauchen wir ja gerade nicht. So, hier können wir hier aufmachen. Dann lassen wir das auch schon mal auf. Eine Uhr, eine Seite reicht. Hier haben wir zwei große Tanks für Gülle. Wie in echt. Der Silber Susoma, der hat eigentlich ein Lohnunternehmen, der für ihn die Gülle rausbringt, soweit ich weiß. Ballenpresst und auch Mähdrescher hat. Den Rest macht er eigentlich teilweise alles selber. Wir auch. Ich habe CP mit drauf. Für Leute, die sich nicht auskennen, das ist Curseplay. Das ist ein Programm. Da kann ich einstellen, dass er die Felder so ein bisschen alleine abfährt. So, ja. Mit was fangen wir an? Gucken wir mal. Es müsste eigentlich alles gegrubbert sein. Genau. Eigentlich könnten wir direkt anpflanzen. Das heißt, wir nehmen unseren großen, starken Truck. Oder wollen wir den MB-Truck nehmen? Ach, der MB-Truck hat, glaube ich, so eine große Reichweite zum Drehen. Wendekreis. So, dann nehmen wir mal das Gewicht. Dann werden wir uns direkt mal unsere Sämaschine krallen und direkt mal ein paar Big Packs einladen, dass wir direkt anfangen können zu sehen, wie viel Felder hatten wir jetzt nochmal genau. Ich würde sagen, Feld 6 machen wir auf jeden Fall. Wir fangen erst mal mit. Die beiden Felder. Ja, machen wir mal Feld 849 fangen wir an. Da können wir direkt mal Weizen. Wir brauchen viel Weizen, Ballen brauchen wir auch jede Menge. So, das ist die gute Maschine. So, ich werde auch ein bisschen mit Curseplay, was heißt ein bisschen, ich würde ein bisschen mehr mit Curseplay arbeiten, dass ich auch ein paar andere Sachen machen kann. So, dann werden wir mal öffnen. Dann werden wir das mal senken, dass wir auch besser herankommen. Nehmen wir unseren kleinen Hof-Truck. Ja, er rattert. So. Dann werden wir mal direkt die Gabel aufnehmen. einen Frontlader. So. Und zack. So. Ja, ein Freund von mir wird auf jeden Fall, glaube ich, diese Folge hier gucken. Oder die anderen. Ich grüße dich, Jürgen, mein alter Freund. Hat auf jeden Fall gesagt, wenn ich LS17 zocke und aufnehme, wird er zugucken. Mal gucken, ob er es macht. So. Ist da alles locker? Eigentlich schon, oder? Gucken wir mal, ja, müsste locker sein. So. Können wir direkt wieder loslassen. Das haben wir schon. So. Dann gucken wir mal, was ist denn das Saatgut? Was steht denn hier drauf? Dünger, Saatgut, ist das in der Mitte? Dann nehmen wir gleich einmal Saatgut runter. So. Ihr seht, wir haben auch noch jede Menge Geld. Aber das behalten wir uns erstmal. Erstmal wollen wir sowieso ein bisschen was anpflanzen, bevor wir Tiere kaufen. Bringt der nichts. Wenn wir Sachen kaufen und nichts für die Tiere da haben. Mal gucken, ob der Gabelstaplerfahrer das so alles hinkriegt. Uh. Was trägt die denn so ab? Nein. Uh. Runtergekippt. Uh. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Wollte das ein Gewicht hier noch dranhängen. Weil ich wusste, dass wir nach vorne kippen. Okay. Da habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Dann wollen wir mal schnell das Gewicht von dem MB-Truck nehmen. Uh. Der Sound von MB-Truck ist geil. Ich finde, ich habe den auch schon öfters mal live gesehen. Hammer Teil. So. Gucken wir mal, ob wir das hier so ein bisschen... Also ein bisschen rückwärts fahren. Dann da hinlegen. Können wir uns das gleich holen. Dann können wir gleich wieder hier parken. So. Und dann wollen wir mal. Uh. Uh. Fahren wir mal langsam, langsam, langsam. Ihr seht, Bisschen glaube ich ein bisschen viel für unser Kleinen. Aber jetzt müsste es eigentlich gehen. So. Da sind wir echt schlecht runtergekommen. So. Wir machen ihn schon mal leer. Dann haben wir ihn schon mal befüllt. Den können wir gleich mal drosten lassen. Weil wir brauchen. Nur bestimmt den öfters. Ja. Dann springen wir gleich mal in unsere Seemaschine. Die heben wir mal. Dann schließen wir die. Öffnen wir mal unsere Karte. Wir machen. Gucken wir mal. Feldbearbeitung. Nein. Das ist. Wir brauchen düngen und sehen. Generieren. Feld 59. Wir machen Vorgewände. Ah. Es müssten zwei. Müsste er hinkommen. Das sind acht Meter eigentlich schon. So. Startposition ist. Nordwest. Genau. Nordwest. Und wir wollen. Nur Richtung Osten. Dann gucken wir mal. Zack. Speichern tun wir noch nicht. Gucken uns erst mal an, ob das so passt. Ich habe gar nicht nach Arbeitsbreite geguckt. Also ich noch kurz gucken. Arbeitsweite. Vier Meter passt. Ja. Dann wollen wir mal. Ersten Startpunkt. Spurenreise machen wir mal. Deaktivieren. Und manchmal kriegt das nicht richtig hin. So. Ja. Und wir fangen schon direkt in der ersten Folge an. Mit. Drillen. Der Weizen kommt unter die Erde. Das ist schön. Und wir können direkt weitermachen. So. Ich habe auch direkt ein paar Hackschnitze gekauft. Diva in unsere Trocknungsanlage kippen können. Weil wir hatten zwei Anhänger. Da war schon ein bisschen Getreide drin. Das hat ich schon leider vorher verkauft. Weil ich den Hof ein bisschen vorbereitet habe. Mit Drehschirmen kann ich gar nicht fahren. Deswegen habe ich die verkauft. Und das habe ich direkt in unsere Trocknungsanlage gekippt. Aber wir brauchen noch. Wir brauchen noch. Hackschnitzel. Dass das läuft. Ah ja. Da hier sind wir auch eindeutig besser runtergekommen. Dann wollen wir mal zu unserem Ofen fahren. Ihr seht, dass ich alles so ein bisschen abkacke. Ich will nicht, dass das mir runterfliegt. Und ich werde versprechen, glaube ich, in der nächsten Folge, wenn es alles so weit läuft, dann wollen wir unten mal die Nuggets suchen. So, dann wollen wir mal die da rum reinkippen und gucken, ob das dann so alles läuft. Oh, das ist schon drin? Okay. Wie viel passen hier rein? Das weiß ich gar nicht. Hallo? Gehen wir mal zur Getrocknungsanlage. Dann müssen wir hier raus. Gucken wir gleich mal. Hier können wir auch, wie in echt, hat er auch USB-Platten dran. Das ist alles eins zu eins. Hier fällt auf jeden Fall das getrocknete Getreide raus, weil er hat auch kein offizielles Silo, hat er nicht. Wir können die Bretter hier weg machen, auch wie in echt. Wieder zu. So, hier habe ich schon vorhin das Korn reingekippt. Halmeleuchtung. So, wo sehe ich denn? Das habe ich doch irgendwo auch schon gesehen. Wann der Ofen angeht. Schauen wir, schließen, scheint eröffnen. Das ist das Licht. Na, auf jeden Fall wird er, glaube ich, gleich in Gang springen. Aber wo habe ich denn das gesehen letztes Mal? Ist das hier? Nee. Hm. Können wir mal kurz. So, he he he. Wo konnte ich denn das sehen, dass der läuft? Dann machen wir das vielleicht so. Moment, wie war das denn? So, allgemein, wir kaufen uns die App, dass wir die Fabriken sehen. So, zack, zurück. Dann gucken wir gleich mal hier. Getreidetrocknung, Details. Weizen haben wir 12.000 drin. Und sie läuft. Oh, getrocknetes Getreide schon so viel. Produkte, getrocknete Getreide. Okay. Ich höre da zwar gar nichts. Aber vielleicht muss das auch erst in Gang drauf. Wir spielen ja auch in der realen Zeit, aber wir können ja nicht eins hochstellen. Wir können auch fünf können wir spielen, das ist okay. Gucken wir mal, fällt hier was runter? Ist ja schon was runtergefallen? Oder holen wir das dann hier raus? Ich weiß es nicht. Das sehen wir dann. So. Das sieht doch relativ gut aus. Würde ich sagen. Den lassen wir mal weiterfahren. So, dann müssen wir noch ein paar Big Packs abladen. So. Dann machen wir das mal hier weg. So. Dann nehmen wir noch mal ein, zwei Big Packs. Oh. Check. Was denn jetzt los? Aber hier noch fest. Was ist das denn? Oh, oh. Das wollen wir nicht. okay das sieht nicht so gut aus an kuppeln noch dann machen wir das anders okay das ist glaube ich doch ein bisschen zu schwer für unser für unseren hänger wenn er hinten ganz drauf liegen wir werden einfach mal plan b nehmen kuppeln hier an kommen wir da jetzt auch nicht mehr an das zu hoch oh man oh man erst gefolge und gleich so ein missgeschick kein problem plan c geht auch noch drücken wir mal ein bisschen runter jetzt können wir noch an kuppeln nehmen wir noch mal alles auf und lassen einfach draufstehen da kann auch nichts passieren mehr so so was haben wir denn darauf hinten haben hat schon so wir fangen mit hackschnitzeln an abzuladen damit kann man leichter zur heizung bringen später würde ich sagen können wir uns auch diese halle hier schön voll kippen ich glaube man kann die ganz einzeln entleeren haben wir noch mal mit hackschnitzeln 2000 meter sind das die waren glaube ich 700 euro 800 euro ich probiere mal was das nicht die ganze zeit ständig weil ich spiele auch ohne gaspedal da ist das immer so ein bisschen ruckartig so sagen können wir eigentlich direkt hier vorstellen oder wo wir stellen sie innen gegen das stören wir nicht ganz so wir haben auch noch nicht ja hier haben wir noch unsere anderen hilfsmittel die wir haben ein zetera ein zetera ein schwager und ein düngerstreuer haben wir natürlich auch schieben wir noch einmal in ruhe so aber hiermit endet die erste folge ich freue mich dass ihr zugeschaut habt daum nicht drauf vergessen könnt ihr mal in die kommentare schreiben wie ihr das neue projekt findet oder ob ihr überhaupt bock drauf hat ja bis zum nächsten mal bei bergm lp ls 17 und sebas husum auf wiedersehen und tschüss bis zum nächsten mal bei